Achtung, der Ball kommt! Nein, nix! Der Torwart ist da! Und da! Haha, ich hab vergessen, was du mal schießt aus. Hey, was macht dieser Torwart? Komm zurück! Bissle Tricks! Hey, ich schieße dich! Was macht ihr? Mann, ist das ein billiges Zeitspiel. Nimm mal gelbe Karte hier. Schiri, lass ihn doch bissle Tricks machen. Nein. Schiri, warum die gelbe Karte? Ich wollte den Ball hochhalten, Mannagio.